Herzlich Willkommen zu meinem neuen Video, in dem ich Ihnen meine 10 Lieblingssehenswürdigkeiten in Japan vorstelle, die Sie unbedingt besuchen sollten. Im Übrigen nimmt mein Kollege heute Urlaub, sodass ich alleine die Moderation übernehme. Fangen wir an. Auf Platz 10 steht die Shibuya-Kreuzung in Tokio, eine der belebtesten Kreuzungen der Welt. Nummer 9 ist der eindrucksvolle Fuji, der höchste Berg Japans und ein UNESCO-Weltkulturerbe. Auf Platz 8 steht das Friedensdenkmal in Hiroshima, das mit seiner Kuppel an die Opfer der Atombombe erinnert und ein Symbol für den Frieden ist. Nummer 7 ist die wunderschöne Burg Himeji, die auch als Schloss des Weißen Reihers bekannt ist und eine der am besten erhaltenen Burgen Japans ist. Auf Platz 6 steht der Arashiyama Bambuswald, ein malerischer Bambuswald in der Nähe von Kyoto. Arashiyama 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 Bambuswald in der Nähe von Kyoto. ZANG EN MUZIEK Nummer 5 ist Dotonbori in Osaka, ein berühmtes Ausgeh- und Essensviertel, das für seine beleuchteten Straßen, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten bekannt ist. Auf Platz 4 steht das Fushimi Inari Taisha in Kyoto, einer der berühmtesten Schreine Japans und bekannt für seine vielen roten Torii-Tore. Nummer 3 sind die sogenannten Schneeaffen vom Jigokudani Affenpark in Nagano, die man dort beim Baden beobachten kann. Auf Platz 2 steht die große Buddha-Statue von Kamakura, eine beeindruckende Bronzestatue, die im 13. Jahrhundert erbaut wurde. Und schließlich, auf Platz 1, steht der Itsukushima-Schrein auf der Insel Miyajima, der für sein berühmtes Torii-Tor, das im Wasser zu schwimmen scheint, bekannt ist. Das waren 10 der schönsten Sehenswürdigkeiten in Japan, die Sie nicht verpassen sollten. Welche dieser Orte haben Sie schon einmal gesehen, oder zu welchen Orten wollen Sie gerne reisen? Haben Sie auch Lieblingsorte in Japan? Wie auch immer, schreiben Sie bitte Ihre Meinungen in die Kommentare. Über Ihr Abonnement und Ihren Daumen hoch freue ich mich sehr. Wie auch immer, schreiben Sie bitte Ihre Meinungen in die Kommentare.